Hallo, guten Tag zur aktuellen Ausgabe von Anne Kastropper. Wer jetzt die Annalena, die Aparthe-Kollegin Annalena Fetke vermisst, muss ich leider sagen, sie fehlt erkrankt und ich ersetze sie hier. Mein Name ist Michael Eckert, ich habe viele Jahre lang für die Watz Bochum über Sport und insbesondere den VfL Bochum berichtet. Und die Bewertendkräfte an meiner Seite heute sind Günther Pohl und Markus Rinsinghoff. Wir werden die aktuelle Situation beleuchten und diskutieren nach der Niederlage in Hoffenheim. Ja, wie ist das überhaupt? Vielleicht übergebe ich mal an Günther, vielleicht startet er. Zwei Dinge hängen mir noch ein bisschen nach. Einmal die fehlende taktische Ausrichtung beim VfL. Also sie konnten nicht reagieren auf das, was Hoffenheim gemacht hat. Darüber sollten wir reden. Und was noch viel gravierender war, der VfL hat ein aktuelles Offensivproblem. Das wurde mit den drei Treffern gegen Wolfsburg ein bisschen in den Hintergrund gerückt, aber es trat jetzt zu Tage. Und da ist es eigentlich an der Zeit, im Angriff mal etwas zu verändern. Denn wenn Hofmann sowieso in der Luft hängt und Asano einen schlechten Tag hat, findet der VfL-Offensiv eigentlich so gut wie gar nicht statt. Hinten raus hat es sich ein bisschen geändert, aber das ist für die Bundesliga zu wenig. Vor allen Dingen, wenn es ein Gegner ist wie Hoffenheim, der ja Ansprüche hat, international zu spielen. Da ist der VfL dann einfach überfordert. Gehst du damit, Markus? Ja, es war schon gravierend. Ich meine, die haben versucht, während des Spiels zu korrigieren, haben viel miteinander gesprochen. Toto, Lucia mit Kevin Stöger, was können wir machen? Der Blick nach draußen mehrmals. Ja, aber die haben den André Kamaric nicht in den Griff gekriegt. Das ist das, was Günther anspricht, dieses darauf reagieren, was macht der Gegner, was können wir tun? Die Viererkette, mit der er Hoffenheim gespielt hat, auch dann für Bochum dann nicht so zu greifen. Aber manchmal bergen ja Sperren, so wie jetzt bei Agburuma Hoffenheim dann auch Möglichkeiten, hat Matarazzo dann umgestellt. Die haben es dann besser hingekriegt oder besser kompensieren können, den Ausfall, als die Bochumer den Ausfall von Kevin Stadterbeck. Und der hat gefehlt, das muss man ganz klar sagen. Ja, wobei mir aufgefallen ist dabei, ich hatte noch einen anderen Aspekt, dass ja alles auf Hoffenheimer Seite über die Flügel eingeleitet wurde, alle Tore. Dass Maxim Wittek sich nicht näher heranschieben konnte an die erste Formation und und dass Christian Gamboa auch so erhebliche Schwierigkeiten hatte. Ja, erstaunlicherweise mit dem Tempo, weil der Gambo ist ja, Christian Gamboa, Gambo ist ja eigentlich schnell genug, aber der hat gegen den Bülter mehrfach schlecht ausgesehen. Ja, hast du vollkommen recht. Ja, hinzu kam natürlich auch, dass der VfL ja unheimlich viel Ballbesitz hatte, aber immer da in Zonen, wo es den Hoffenheimern überhaupt egal war und nicht wehtat, 60 Prozent Ballbesitz bei einer Mannschaft, die um europäische Plätze spielt, ist ja für den VfL eher ungewöhnlich und damit konnten die eigentlich gar nichts anfangen, richtig? Ja, so sah es zumindest aus. Ja, das ist, ich meine, ist dann immer die Frage, hat jetzt Materazzo den VfL Bochum dechiffriert und die nächsten, die kommenden Gegner machen das dann ähnlich. Union Berlin, die kommen jetzt, die haben die vergangenen fünf Jahre genauso gespielt, den Gegner machen lassen und dann mal irgendwie schmutzig dann ein Tor geschossen, den Rest verteidigt, sonst könnte jetzt am Samstag auch wieder passieren. Aber wir sind noch bei Hoffenheim und da war es dann, es ging ja im zweiten Abschnitt besser. Leichte Umstellung, zwei Wechsel, war ein anderer Zug drin und dann hatten sie ja Möglichkeiten. Also, dass es möglich ist, dann auch gegen Hoffenheim an dem Tag, was zu machen, hat die zweite Hälfte ja gezeigt. Ich hatte auch ein bisschen den Eindruck vielleicht, es gibt ja immer verschiedene Gründe, warum so relativ wenig klappt. Ich hatte auch den Eindruck, dass die ersten 70 Minuten nach langer Verletzungspause für Bero vielleicht ein bisschen viel war. Wobei der gegen Wolfsburg richtig gut war. Ja, ja, richtig gut, aber jetzt dann im nächsten Spiel vielleicht einen Substanzverlust hatte und auch bei Osterhage habe ich ein bisschen weniger gesehen an Substanz. Deutlich weniger. Und das macht dann ja vielleicht auch was aus, auch in der Vorwärtsbewegung. Ja, in Summe. Also, bei VfL Bochum, ich glaube, da sind wir uns einig, muss einfach immer fast alles passen. Da muss jeder Spieler liefern. Da kannst du dir nicht erlauben, dass genau, was du sagst, mal zu schwer, wo zwar da ist, aber nicht stattfindet. Weil Patrick Osterhage auch so ein bisschen, ja, nicht so genau ist, wie er sonst war, nicht so zwingend in den Zweikämpfen. Und ja, wenn dann schon zwei solcher Spieler, die zuletzt gegen Wolfsburg richtig gut waren, dann eben nicht, nie 100 Prozent kommen, dann reicht das nicht gegen Hoffenheim. So einfach ist es dann. Ja, und es ist ja nicht bei den Zweien geblieben. Es kommen ja dann noch vorne dazu. Asano, den habe ich noch nie so hilflos gesehen. Der wusste überhaupt nichts, also er kam auch gar nicht ins Spiel. Ja, und Hofmann wird im Moment, so bitter das ist, wird von Spiel zu Spiel immer ungefährlicher. Er hat jetzt, glaube ich, seit zwei, drei Spielen keinen Abschluss mehr gemacht. Der leidet ja wie ein Hund darunter. Aber vielleicht ist jetzt mal die Zeit für eine schöpferische Pause. Du hast es heute angestoßen in deinem Kommentar. Ja, zumindest hat Hofmann keine Argumente mehr für sich. Und Thomas Letzsch hat keine Argumente mehr dafür, dann, so sieht es von draußen aus, weiter an Hofmann festzuhalten. Aber das haben wir an dieser Stelle auch schon häufig gesagt. Wir sehen immer das Spiel. Wir sehen nicht die Trainingsleistungen. Aber unabhängig davon, muss man ganz klar sagen, ja, also Hofmann, wenn der so spielt, wie er jetzt spielt, brauchst du ihn nicht. So, dann kannst du Patienz ja bringen. Oder aber, ne, gegen Mainz hat er sowohl Hofmann als auch Patienz ja draußen gelassen, bringt Moritz Broschinski. Diese Variante sehe ich jetzt nicht gegen Union Berlin. Nachdem Patienz ja jetzt getroffen hat, ich meine, was willst du dem Jungen auch erzählen, ne, im Training oder in der Woche? Ne, der kommt rein, macht das Tor, das soll ein Stürmer, das macht er und dann soll er nächstes Mal wieder draußen sitzen. Also, da geht es auch darum, dann, wie kommuniziere ich mit dem Spieler, wie kann ich ihn weiter motivieren, dann auch entsprechend dann alles für die Mannschaft zu geben. Also, ich muss ihn ja dabei halten und dann muss ich dem einfach mal wieder eine Chance geben. Er hat ja schon auch von Beginn an gespielt, aber im Verhältnis zu Hofmann halt deutlich weniger. Und er macht zwei Tore, auch wenn die dem VfL Bochum in Summe auch keine Punkte gebracht haben. Ja, aber er hat auch Abschlüsse. Ja, eben. Ja, der hatte ja vier, fünf Abschlüsse, ja, wo er, auch wenn die nicht drin waren, aber das Mittelstürmer, der aufs Tor schießt. Oder wird es gefährdet, er nimmt einen Ball noch aus der Luft, den ja, ihn nagelt dann einen halben Meter übers Tor. Das war schon artistisch, den überhaupt noch aufs Tor zu bringen. Der findet dazwischen auch nicht statt. Aber die guten Mittelstürmer, die es gegeben hat und die es gibt, die finden ja meistens gar nicht statt, sondern die treffen dann im entscheidenden Moment. Ja, es ist halt auch ein verändertes Spiel, weil Hofmann lässt sich halt viel zurückfallen. Und Lecce hat es ja auch schon vor dem letzten Spiel gesagt, der soll egoistischer werden und halt nicht immer da warten. Aber es ist ein anderes Spiel. Paciencia bleibt dann vorne, der macht auch Wege mit zurück, vielleicht nicht ganz so intensiv wie Hofmann, aber der bleibt halt vorne und sucht den Abschluss. Und das brauchst du. Aber ist das nicht auch der Unterschied dann? Hofmann ist ja der Zielspieler für den langen Ball. Und Paciencia wird das nicht, ist das nicht. Nicht in der Häufigkeit, ja. Dann verändert sich ja das ganze Spiel, auch die Struktur. Und was macht man jetzt mit Hofmann? Der Vertrag wurde bis 26 verlängert. Wie lange setzt man ihn jetzt auf die Bank oder was passiert da? Ecke, wie viele Spielzeiten hast du erlebt beim VfL Bochum? Du hast hunderte Stimmen kommen und gehen sehen. So eine Saison ist lang. Wir sind jetzt beim 15. Spieltag. Ja, Hofmann hat jetzt bisher noch kein Tor gemacht, aber der wird auch nochmal kommen. Und wenn du... Manchmal ist es ja dann auch ganz leicht. Der wäre ja nicht der erste Stürmer, der dann die Pause bekommt, weil die dann nötig ist. Und dann wirfst du ihn irgendwann rein, weil du vielleicht dann noch ein Tor brauchst oder einfach dem nochmal Spielzeit gibst, weil das Spiel entschieden ist. Und dann macht er sein Tor. Und dann ist er plötzlich wieder da. Also, ja, Pause für Hofmann jetzt. Aber den brauchst du. Der Mann hat ja gezeigt, dass er trifft. Und dass er wichtig ist für die Mannschaft. Tja, das nächste Problem sehe ich ja noch. Der ja durch die Umstellung, die geplant waren, die aber auch noch nicht immer funktioniert haben. Andriacay, herausragend in der letzten Saison. So habe ich ihn noch in Erinnerung. Wenn er kommt, kommt Tempo. Ist ja toll, wenn man einen hat, der reinkommt, der dann funktioniert. Aber den wünsche ich mir natürlich auch mal wieder von Anfang an, weil das ist einer, der den Gegner auch mal ein bisschen durcheinander bringen kann. Und wenn du dann hast, Asano auf der einen Seite in Normalform, das Spiel klammer ich mal aus, denn jeder hat mal das Recht, so schlecht zu spielen wie Asano jetzt am Wochenende, wobei ihm natürlich auch jegliche Unterstützung fehlt. Das muss man ja auch sagen. Er hat ja nicht alleine schlecht gespielt, sondern er ist ja auch nichts angekommen. Aber mit zwei schnellen Stürmern, Andriacay und Asano, da müsste der VfL auch mal wieder einen Überraschungsmoment haben, der jetzt im Moment so ein bisschen wegfällt. Heißt, Gütter plädiert für drei vorne. Die Flügel. Als Variante, das passt nicht auf jeden Gegner. War gegen Wolfsburg, wo da ja nur überrascht hat, dass Matos Behoff. Vorne, wo rechts angelaufen ist. Ich meine, du hast die Jungs ja im Kader. Wir haben ja drüber gesprochen, Hofmann hängt auch in der Luft, weil keine Flanken kommen. Jetzt gefühlt gegen Hoffenheim sind Flanken in den Strafraum gekommen, aber dann zu ungenau. Über Hofmann hinweg oder zu kurz oder direkt auf den Torwart. Also das Bemühen war da, durchaus, aber hat halt nicht gepasst. Ja, der Kader gibt es ja her. Und ich meine, Thomas Letzsch hat auch uns schon mehrfach überrascht, auch gegen Wolfsburg mit der direkten Hereinnahme von Beero und dann dem 4-3-3 anlaufen. Du hast einen Lukas Daschner, den du bringen kannst, Moritz Quarteng, Moritz Broschinski. Hat noch nicht so geliefert. Aber der Junge, Thomas Letzsch hat es ja richtig gesagt, also wenn der auf dem Platz ist, der rennt ja alles an. Der bringt auch Feuer rein. Die Energie kannst du ja gebrauchen, aber letzten Endes, ja, spricht viel für Patienz, kann man nicht anders sagen. Was natürlich dann nicht so richtig, dass Union ausgerechnet jetzt gewonnen hat und scheinbar wieder in die Spur kommt mit dem neuen Trainer. Gut, spricht viel für Patienz, ja. Es gibt ja auch noch eine Entwicklung jetzt vor dem nächsten Spiel gegen Union, personeller Art, die Hoffnung machen könnte. Schlotterbeck kehrt zurück. Ja, klar. Und Dizek wieder raus und Bernardo nach außen. Bernardo nach außen. Das ist also eigentlich der logischste und jetzt, glaube ich, schon feststehende Wechsel, oder? Erstaunlich auch, wie schnell Kevin Schlotterbeck da zur festen Rolle geworden ist. Er war ja die ersten Spiele auch raus. Und dann jetzt macht er ein Spiel nicht und man denkt sofort, meine Güte, gut, dass er wieder da ist. Aber der hat ja wirklich auch gut gespielt. So kann man ja nicht anders sagen. Ja, und ich glaube auch, wenn Ordez wieder gesund ist, wird Schlotterbeck seinen Platz behaupten und dann wird es Masowitsch erwischen. Ja, oder er geht dann da auf Dreierkette. Er hat ja dann auch genug Innenverteidiger. Ja. Die Variante hat er immer noch im Hinterkopf. Und er versucht ja auch immer zu erklären, dass es auch unabhängig davon, dass es das Ganze hergibt, ob dann irgendwie ein defensiver Mittelfeldspieler sich so zur Ballannahme dann zurückfallen lässt. Oder es gab auch schon die Saison die Variante mit Daniele Soares, der dann vorschiebt von der Linksverteidigerposition. Also die sind schon in Summe flexibler geworden und haben mehr Möglichkeiten. Es besteht auch eine Hoffnung darin, dass Bero also kräftemäßig wieder ein bisschen zulegt und Osterhage wieder ins Gleis kommt. Und die Intensität, es geht ja immer für ein VfL-Wochum um Intensität im Spiel, die dadurch gewinnt wieder. Ja, aber die hatten jetzt in Hoffenheim wirklich das Problem, dass sie überhaupt nicht wussten, was sie machen mit Kamaric. Also der hat sich ja teilweise so weit zurückfallen lassen. Natürlich hast du da keinen Zugriff, weil dieses irgendwie, du läufst ihm hinterher und wenn er zur Toilette geht, das war in den 60er Jahren im Fußball so, das machst du dieser Tage nicht mehr. Du versuchst ihn ja dann auch im Raum aufzunehmen, auch wenn du da eine klare Zuteilung hast. Aber der, mein Kamaric, kroatischer Nationalspieler. Ich glaube, das war auch der Hauptgrund, warum der VfL im Mittelfeld auch mit Osterhage und alle so Schwierigkeiten hatten, weil die gar nicht richtig wussten, was sie machen sollten. Zumindest in der ersten Halbzeit. Und da ist der Osterhage ja noch ein sehr junger Spieler, ein erfahrener Spieler, der weiß vielleicht, aber da passiert ja nichts. Ja, der muss das ja nicht alleine lösen. Nein, aber die waren eben jeder, die waren, wirkt ein bisschen hilflos, oder? Ja, so sah es aus. Ja, nochmal. Die haben es versucht, zwei, drei Szenen, wo Toto Luzia mit Kevin Stöger spricht, wie können wir es lösen? Der Blick nach draußen, auch dann das Gespräch suchen mit Thomas Litsch. Aber die Hoffenheimer waren da halt im Flow und Kamaric gut drauf. Ja, der VfL hat das Umschaltspiel nicht hingekriegt. Ich meine, das war ja, wenn man die Statistik sich anguckt, ist ja selten, sehr selten, dass der VfL so gute Werte hat im Vergleich. Ballbesitz, ja. Ballbesitz, Pässe, Passgenauigkeit sogar. Torschüsse. Aber zeigt auch, das ist nicht immer ausschlaggebend. Nein, und dann sind wir wieder bei Union Berlin. Nochmal, die haben die vergangenen fünf Jahre unattraktiven Fußball gespielt, aber haben alles gewonnen. Ja. Hoffenheim hat gesagt, ja, dann lass die Bochumer doch spielen. Wunderbar, dann können wir, naja, ich meine gut, Wout Wekos ist nicht der Schnellste, aber du hast einen Bülter, du hast dann, Kamaric ist Toto Luzia weggelaufen, du hast es angesprochen, auf dem Flügel oder Kadarabek, die waren dann in dem Moment zu schnell für die Bochumer und die konnten es dann nicht verteidigen. Ja. Aber wir müssen jetzt auch nicht alles schlecht reden, bis dahin, ne, fünf Spiele der Bochumer ohne Niederlage, die stehen ja noch da. Wollte ich eigentlich fragen, entwertet das so ein bisschen die kleine Serie oder? Ich würde sagen, nein, weil in Hoffenheim, das ist eine Mannschaft, die andere Ansprüche hat, die stehen da oben, obwohl es gut gibt, es gibt mal Zufälle, dass sie ein paar Heimspiele nicht gewonnen haben, aber es ist schon eine andere Qualität und da in Hoffenheim darfst du verlieren, die Spiele davor gegen direkte Konkurrenten darfst du nicht verlieren, die hast du auch nicht verloren und deshalb ist das in Ordnung und dass der VfL jetzt eine Serie von sechs, sieben oder acht Spielen wäre sehr ungewöhnlich, das war schon zu besten Zeiten fast ungewöhnlich und insofern sollte man da auch nicht hadern. Fakt ist, sie haben nicht ihre beste Leistung gebracht, das lag aber auch am Gegner und deshalb sollte man das jetzt nicht überdramatisieren, aber mit dieser Sache mit vorne, da musst du dich jetzt beschäftigen, weil du tust jetzt auch Hofmann kein Gefallen mehr, wenn du ihn jetzt mit Gewalt Woche für Woche da durchbreitst, er wird immer unsicherer, er wird immer nervöser, er hat keine Torabschlüsse mehr und ich mache den als Typ unheimlich gut leiden, aber jetzt glaube ich, ist eine Pause wirklich die Zeit gekommen, aber letztlich muss der Trainer sehen, Union Berlin, was macht der Gegner, wen brauche ich da und wird entscheiden, nur es wird nach außen hin und man spielt ja für die Menschen da draußen, wird es sehr schwer sein, im Moment zu argumentieren, dass er wieder anfängt. Ja, und ich meine, Thomas Lecce hat es ja versucht, auch hat er dann auch uns gesagt, irgendwie oder den Hinweis gegeben, die Fans mögen doch bitte alle Spieler dann unterstützen und anfeuern, die Unterstützung für Philipp Hofmann war dann gefühlt weniger, ich meine, sie pfeifen ihm nicht aus, aber das ist halt, du merkst es dann auch als Spieler und Philipp Hofmann ist auch schon lange genug dabei, der kennt die Mechanismen und weiß auch dann, dass es vielleicht dann mal hilft, so ein bisschen auf der Bank dann vielleicht reinkommen, was bewegen können und erst mal dann aus dem unmittelbaren Blickfeld heraus. Also es wäre naheliegend, aber auch da, Thomas Lecce könnte auch da überraschen und sagen, nö, Philipp Hofmann, der zerreißt sich für uns, der liefert, ich halte an ihm fest. So, was willst du da machen? Er sieht das Training, er beurteilt die Spieler. Aber wir rechnen alle nicht damit. Nein, ich habe ja schon im Spaß darüber nachgedacht, das Wintertransfer öffnet sich, machst du da noch was vorne. So, aber so ein Spieler, der dann vielleicht helfen könnte, der trifft und der dann auch noch schnell ist, ja, wie soll der VfL den finanzieren? Den holen dann andere. Und du hast ja Takuma Asano, der dann auch entweder doppelt trifft oder gar nicht. Ja, ja. Er ist kein Knipser und er wird keiner mehr. Also das behaupte ich. Ja, so sieht es ja auch aus und dann kommt ja immer auch der Satz, wenn der wirklich dann auch regelmäßig treffen würde, wird der ja auch nicht mehr lange beim VfL Bochum spielen. Wird er wahrscheinlich auch nicht. Wird er auch. Ja, ich meine, ob es ohne Asano geht, sehen wir ja, wenn der beim Asien Cup ist. Da muss ja auf jeden Fall was anderes passieren. Und der ist ja, Asano ist ja gesetzt, zu Recht auch, weil der arbeitet ja und der hat auch, ja, der war vielleicht jetzt gegen Hoffenheim nicht so präsent, wie er sonst ist, aber hat er da auch Abschlüsse. Ja. Aber gefühlt macht er entweder, wie gesagt, zwei Tor oder kein. Schauen wir auf die nahe Zukunft, nicht Asien Cup oder sonst was. Also Union Berlin. Nach gefühlt Uhrzeiten mal wieder gewonnen. Schlecht für den VfL, oder? Ja, ist wie Kaffee, ist das zu lesen. Man sagt, dann gewinnen die, wenn ich es nicht in Bochum ihr erstes Spiel. Ja, weil dafür war der VfL ja auch bekannt, dass er immer Tote wieder aufgebaut hat. Jetzt haben die gewonnen, jetzt ist der VfL gewarnt. Jetzt haben die noch ein Spiel, wahrscheinlich in einem vollen Olympiastadion, in der Champions League, wo sie sich ja mit Sicherheit auch nicht hängen lassen, sondern wo natürlich jeder Fußballer, der gegen so einen nahen attraktiven Gegner, heißt der, glaube ich, Real Madrid, ist das richtig? Ja, zu spielen, der will das Spiel seines Lebens machen, das ist nicht schädlich für den VfL. Und der VfL wird zu Hause wieder mit einer ganz anderen Wucht spielen und mit ganz anderem Selbstvertrauen. Und da können die Berliner auch ruhig umstellen, da wird der VfL diesmal flexibler reagieren. Insofern glaube ich, der VfL braucht aus den beiden Spielen noch einen Sieg, um schön Weihnachten zu feiern, denn den holen sie wahrscheinlich nicht in Leverkusen. Also das ist schon ein Schlüsselspiel, denn danach wird es ja auch dann ganz heikel, dann hast du zwei Heimspiele, der VfL Stuttgart ist dabei, dann gehst du noch nach Dortmund. Also es täht schon dringend Not, jetzt ein Dreier, um ein schönes Weihnachtsfest zu feiern. Ich traue es der Mannschaft zu. Ich traue dir zu, dass sie die Leistung gegen Wolfsburg wiederholen und dass sie in Union Berlin gewinnen. Nur Garantiescheine, wo gibt es die? Ja, aber da wären wir beim Tipp. Ja, fast. Also Union Berlin, ich meine, Günther hat es angesprochen, man weiß es wirklich nicht, ob das jetzt ein Vorteil oder ein Nachteil ist, dass die am Dienstag noch spielen. Also sich zu erholen bis Samstag, das kriegen die hin, das ist jetzt nicht das Problem. Aber ob die Berliner schon wirklich wieder so gefestigt sind, das wird sich halt zeigen. Ich meine, die haben jetzt das Spiel gegen Gladbach so bestritten, als wäre Urs Fischer noch da. Haben wirklich in alles, haben sich in alles reingeworfen, intensiv verteidigt, machen dann auch dann die nötigen Tore und haben auch die Qualität, so einen Herrn Volland dann im Kader zu haben, ist eine andere Hausnummer als ein Moritz Broschinski, ohne Moritz Broschinski zu nahe treten zu wollen. Ganz sicher. Aber auch die sind nur Menschen und es ist die Frage, ob die dann schon wieder so gefestigt sind, um dann in einem atmosphärisch sehr dichten Ruhestadion entsprechend die Leistung zu bringen. Ja, also unmöglich ist es nicht. Die Bochumer haben es ja schon mehrfach bewiesen, dass sie auch gegen Mannschaften, lass mich doch einmal, lass mich doch bitte nur einmal ausreden. Wir haben doch noch Zeit oder hast du noch einen Anschlustermin? Letztes Mal waren wir 18,45, da kam die Kritik, dass wir drei Sekunden zu kurz waren. Jetzt lass uns doch ein bisschen länger, dann redet keiner mehr über die 18,48. 18,48 haben wir schon überschritten. Ja, die Bochumer haben da auf jeden Fall eine Möglichkeit mit den Aspekten auch personeller Art, die wir angesprochen haben. Und ja, Leverkusen, du sagst immer, die haben da keine Chance. Die hatten 16 Spieltage Zeit, um die sich anzugucken. Also wenn da nichts geht, dann weiß ich nicht. Okay, sehr optimistisch. Okay, dann jetzt konkret. Also, was schaffen die einen Menschen am Samstag gegen die anderen Menschen aus Berlin? Ich fange an heute, 2-1 für den VfL. 2-1 für den VfL, wir sind wie immer ein Herz und eine Seele. Ich muss da leider ein bisschen auf die Bremse treten. Ich sage 1-1. Auch okay. An der Stelle vielleicht auch nicht so verkehrt. Und dann noch ein Punkt in Leverkusen, Mittwochabend. Dann wäre das Jahr auch von Günter Pohler gerettet. Dann könnte er entspannt in den Urlaub fahren. Riegen. Reisen. Dein Wort in gutes Ohr. Bedankt. Danke dir. Danke. Danke. Tschüss. Ciao, ciao.